Herzlich willkommen alle zusammen zu diesem Webinar zum Digitalen Euro. Ich bin sehr froh, dass Sie alle heute Abend zu uns gefunden haben. Bevor wir mit der Thematik dieses Webinars starten, würde ich und unsere Referenten vorstellen, würde ich ein paar Worte zu dem Projekt sagen, wovon dieses Webinar teil ist. Das Projekt heißt European Citizens Bank und wird in Europa von mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen, unter anderem Post of Money, die Organisation, wovon ich teil bin, durchgeführt. Das Ziel des Projektes ist es, Stimmen aus der Bevölkerung an die Europäische Zentralbank heranzutragen. Und da die Europäische Zentralbank gerade zum ersten Mal wieder seit 18 Jahren ihre geldpolitische Strategie durchführt und sich mir einfach ausgesprochen hat, Meinung und Position aus der Bevölkerung explizit in diese Strategie mit einzunehmen, ist das unserer Meinung nach genau der richtige Zeitpunkt, ein Projekt wie unseres durchzuführen und Position aus der Bevölkerung heraus an die EZB zu artikulieren. Wir haben also eine Plattform geschaffen, mit der wir Bürgerinnen die Möglichkeit geben wollen, auf die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank einzuwirken. Kurz zur Übersicht. Sie können Folgendes auf dieser Plattform machen. Sie können dort unsere Informationsmaterialien zu der EZB, zu aktuellen Themen der EZB erkunden. Sie können sich dort austauschen mit anderen BürgerInnen. Sie können in Kontakt treten zu Experten, wie zum Beispiel in diesem Webinar. Es wird noch weitere Webinars geben. Sie können eigene Vorschläge entwerfen zur Zukunft der Europäischen Zentralbank oder zu konkreten Sachen, die Ihrer Meinung nach die Europäische Zentralbank machen sollte. Und zu guter Letzt, Sie können an einer BürgerInnenversammlung teilnehmen, die Vorschläge intensiver vorbereiten wird, dann offiziell an die EZB schicken wird und die EZB wird diese Vorschläge dann entgegennehmen. Das also kurz zu diesem Projekt. Genau, also dieses Webinar ist Teil dieses Projektes und sozusagen Teil eines anhaltenden Prozesses des Informationsaustauschs. Und deswegen werden wir uns in diesem Webinar auch bemühen, Fachsprache zu vermeiden. Und ich würde Sie auf der anderen Seite ermutigen, Fragen, Verständnisfragen die ganze Zeit im Chat zu schreiben. Wir werden zum Schluss auf jeden Fall uns Zeit nehmen, Fragen zu beantworten. Sie können diese Fragen entweder in den Chat oder in den F&A-Button für Frage- und Antwort-Button hereinstellen. Und ich werde zum Schluss, also in den letzten ungefähr 15 Minuten, diese Fragen aufgreifen und dann können wir sie hier beantworten. Nun zu unserem Webinar zum digitalen Euro. Ich bin sehr froh, fantastische Gäste hier zu haben, die ich kurz vorstellen würde. Einmal Peter Buchfinger von der Universität Würzburg, Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management und Frank Schäffler, Finanzexperte und Bundestagsgeabgeordnete der FDP. Wir wollen also heute über die Einführung, über die potenzielle Einführung eines digitalen Euros durch die Europäische Zentralbank reden. Wenn ich kurz langsam anfangen würde, wenn ich mit meinen Freunden darüber rede, dass die EZB eventuell einen digitalen Euro einführt, dann bekomme ich häufig die Antwort, dass wir schon digitales Geld haben. Ich habe einen Online-Konto, ich kann Überweisungen online tätigen, ich kann online mit meinem Bankkonto bezahlen. Also, wenn das stimmt, wenn das stimmt, dass wir in dieser Form schon digitales Geld haben, würde ich annehmen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dieser Form des Geldes und dem digitalen Euro, den die EZB gedenkt einzuführen. Vielleicht, Herr Sandner, können Sie das kurz nochmal erläutern, was ist da der Unterschied, stimmt es, dass wir schon digitales Geld haben, im Sinne von mein eigenes Geld auf dem Bankkonto und was ist der Unterschied zu dem, was die Europäische Zentralbank gedenken würde, einzuführen? Ja, sehr gerne. Also, ich finde das klasse, dass Sie das organisieren. Ich finde das auch eine tolle Runde und wir dürfen nicht vergessen, heute ist Vatertag, deswegen herzlichen Glückwunsch an alle Väter. Deswegen finde ich es toll, dass Sie das hier organisieren. Jetzt aber direkt zum Thema. Natürlich haben wir den digitalen Euro schon in gewisser Weise. Es heißt Apple Pay, es heißt Kreditkarte, es heißt PayPal, das funktioniert alles ganz toll. Aber der Euro wird eben bereitgestellt von Unternehmen, gerade schon genannt. Apple, Mastercard, Visa, PayPal, die ganzen Banken und so weiter und so fort. Aber das, was die EZB hier im Sinne des digitalen Euros anzubieten hat, ist eben ehrlich gesagt nicht existent, weil der Euro, der von der Zentralbank bereitgestellt wird, das ist der Geldschein, das ist der Papierschein. Und ich mag vielleicht ein exotischer Fall sein, aber im ganzen letzten Corona-Jahr 2020 war ich zweimal beim Geldautomat und hatte zweimal 200 Euro abgehoben und am Ende des Jahres hatte ich immer noch die Hälfte in meinem Geldbeutel, weil ich wirklich begonnen hatte, alles digital zu bezahlen. Digital würde in dem Fall bedeuten, Apple Pay in Kombination mit Mastercard. Und das funktioniert toll aus Konsumentensicht, das ist klasse, das funktioniert super. Man darf aber nicht vergessen, dass bei jedem Bezahlvorgang eine kleine Gebühr an Apple abgeführt wird und noch weiterhin eine kleine Gebühr an, in meinem Fall, Mastercard. Das funktioniert toll, aber die Frage ist, muss das so sein, dass wenn 450 Millionen Europäer bezahlen, Tag für Tag mit Apple Pay, dass bei jedem Bezahlvorgang zwei kleine Gebühren an zwei amerikanische Konzerne abgeführt werden. Muss das wirklich sein? Und es ist jetzt eben so und es funktioniert ja toll. Und die daran anknüpfende Fragestellung ist doch, warum hat Europa keinen eigenen Zahlungsdienstleister dieser Art gebaut? Der kann auf Blockchain-Basis laufen, ganz klar, gibt viele Vorteile, muss aber nicht auf Blockchain-Basis laufen. Aber Fakt ist, alle Endkundenbezahlsysteme, die wir heutzutage einsetzen, fast alle, sind irgendwie im Ausland gelandet. Paypal, Mastercard, Visa, Apple Pay, Google Pay. Sie können die ganze Literei von oben nach unten runter deklarieren und deklinieren, Entschuldigung, und das finde ich persönlich verwundernswert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen glaube ich, dass die EZB gut daran tut, sich mit dem digitalen Euro zu beschäftigen. Aber ich muss auch sagen, die Geschwindigkeit, mit der die EZB das momentan macht, das wird so nicht ausreichen. Gut, und da kurz vielleicht als Nachfrage, also ein Hauptunterschied ist, dass momentan viele dieser IT-Finanz- und Bezahldienstleister im Ausland sitzen, aber auch, dass wir kein öffentliches, digitales Zentralbankgeld haben. Ist da auch der Hauptunterschied, nicht nur zwischen im EU-Ausland und, also außerhalb der EU und innerhalb der EU, sondern dass wir momentan kein öffentliches Zentralbankgeld haben, was für BürgerInnen zur Verfügung steht? Ist das auch hinter dieser Idee eines digitalen Euros? Kann man so sehen, ja. Also das Musterbeispiel ist China. Dort wird das Projekt von oben nach unten durchgesteuert. Die Chinesen haben im Jahr 2014 schon begonnen, mit der Planung ihres Projektes, wie sie ihre chinesische Währung auf ein, naja, Blockchain-ähnliches System bekommen. Die sind jetzt so langsam fertig mit der Programmierung und die EZB ist noch im Prototyp-Modus, ja. Einfach, um das mal zu kontrastieren, dass sie, da liegen sechs Jahre Zeitdifferenzial, weil China jetzt dann in Kürze ihre Zentralbank-Variante der Währung auf einem Blockchain-System hat. Wir haben hier ein ähnliches Projekt seitens der Zentralbank, also wirklich in keinster Weise mit einem ähnlichen Volumen, mit einer ähnlichen Vehemenz. Und insofern glaube ich, da fehlt was. Da fehlt was aus Konsumentensicht. Ob das jetzt die Zentralbank liefert oder ob das jemand anderes liefert, wäre aus meiner Sicht ehrlich gesagt egal. Aber dass die gesamte Bezahlinfrastruktur im Ausland sitzt, das glaube ich nicht, dass man sich das als Europäer so wünscht. Ja, super. Ich glaube, wir kommen später nochmal auf den Unterschied zwischen wer letztendlich dann dieses digitale Geld in den digitalen Euro zur Verfügung stellt zurück. Vielleicht, Herr Bufinger, können Sie kurz was sagen zu dem, was die EZB plant an Einfügung eines digitalen Euros? Würde es zum Beispiel so aussehen, dass ich einfach ein Konto bei der Zentralbank öffnen könnte, wenn dieser digitale Euro kommt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, zunächst mal ist das, glaube ich, nicht so ganz klar, was die EZB will. Also ich stimme mit Herrn Sandner völlig überein. Das Problem, das man identifizieren kann, steht darin, dass die ganzen Zahlungsplattformen, die wir haben, dass sie alle in Europa sind. Ich meine, die sind hochleistungsfähig, muss man sagen, bieten ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten. Ich glaube, es war nie so einfach zu bezahlen wie heute. Diese Vielfalt, die da angeboten wird, ist eindrucksvoll. Und jetzt muss man fragen, wo ist das Problem? Und ein Problem, würde ich Herrn Sandner völlig recht geben, ist, dass man sagt, die sind alle irgendwie in den USA. Und warum haben wir nicht in Europa so eine Zahlungsplattform, so ein europäisches PayPal? Und das zu schaffen, ist halt die Frage, ob das das ist, was die EZB eigentlich vorhat. Mein Eindruck ist, dass die EZB ziemlich kleinteilig unterwegs ist. Die EZB überlegt sich, wie kann man irgendwie diese Bargeldzahlungen jetzt digital machen. Also, wenn ich jetzt irgendwie Brötchen beim Bäcker kaufe und bin im Augenblick nur Bargeld, kann ich da jetzt irgendeine Möglichkeit finden, eine digitale Möglichkeit finden, wo ich jetzt Geld in eine Wallet lade und der Bäcker hat jetzt irgendein Lesegerät, wo das dann quasi wie die Scheine, die Münzen von mir zum Bäcker geht, so geht das jetzt in meinem Wallet rüber zum Bäcker. Das ist eine der Ideen, die die EZB hat. Und dieses System, das soll aber irgendwie unabhängig laufen von den anderen Systemen, die wir haben. Also, im Krisenfälle soll das eben immer funktionsfähig bleiben. Das heißt, im Prinzip, wenn das, dieses Modell, dieses digitale Bargeld-Sorrogat, wenn das funktioniert, muss, bei jedem Kassierer im Supermarkt muss, nebendran noch ein zweites Gerät haben für die EZB. Sonst funktioniert es ja nicht unabhängig von anderen Dingen. Und da stehe ich mir, also ich weiß nicht, was die EZB sich dabei gedacht hat. Das ist irgendwie ziemlich absurd. Das ist so eine Idee, die sie hat. Dann spricht es, dann manchmal hat man das Gefühl, sie will jetzt irgendwie so Kunden bei der Bundesbank oder bei der EZB eröffnen. Aber auch das ist nicht besonders attraktiv, weil diese Konten über 3.000 Euro mit Strafzinsen belegt werden, weil die EZB nicht will, dass man so richtig viel Geld beahnt. Überziehen kann man es auch nicht. Und da frage ich mich, warum in aller Welt soll irgendjemand ein Konto bei der EZB aufmachen? Das ist, zumal die meisten Leute wissen den Unterschied gar nicht. Ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde, hast du lieber ein Konto bei der Deutschen Bank, bei der Bundesbank, bei der Sparkasse oder bei der Volksbank? Ich glaube nicht, dass Bundesbank oder schon gar EZB, da wäre ich sogar skeptisch, ob die Leute das wollten. Also das sticht auch nicht. Und die Sicherheit, das Einzige, was hier ein Konto bei der EZB zu bieten hat, über ein Bankkonto, ist die hundertprozentige Sicherheit. Das ist ja attraktiv. Dieser bis 3.000 Euro irrelevant. Was die Leute toll fänden, wenn man jetzt unbegrenzt Geld bei der EZB parken kann, also eine Million oder 10 Millionen, weil man dann den Vorteil hätte, dass man jetzt nicht mehr dem Insolvenzrisiko einer Bank ausgesetzt ist. Wenn ich bei einer normalen Geschäftsbank 10 Millionen habe, und es gibt ja welche, die so viele haben, dann kannst du eigentlich wachen morgens auf und dann heißt, sorry, der Laden ist pleite und du kriegst halt dein Geld nicht mehr 100 Prozent zurück. Und deswegen wäre natürlich das super attraktiv, aber das wäre die EZB nicht. Auch aus gutem Grund würde ich sagen, wenn man dann doch große Verlagerungen kriegen würde, jetzt von den Geschäftsbanken in die EZB. Aber das, was jetzt Herr Sander angesprochen hat, das, worum es eigentlich geht, ein europäisches Zahlungssystem, das genauso gut ist, das muss es ja dann sein, wie PayPal, das hat die EZB überhaupt nicht am Bildschirm. Denken Sie gar nicht darüber nach. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass eine Notenbank jetzt die richtige Akteur wäre, um sowas voranzutreiben, dass sie schlau genug wäre, dass sie die Expertise hätte. Und das, was Herr Sander vorspricht, ist eigentlich so eine Finanztag-Industriepolitik. Dass man sagt, wir wollen das haben, weil wir glauben, dass wir nicht abhängig sein wollen. Und deswegen bringen wir das voran. Und dann ging es aber eher darum, dass man die Rahmenbedingungen setzt und dass die Banken sich zusammenfinden, in Gottes Namen, in Europa was vernünftig auf die Beine stellen. Also deswegen meine ich, die EZB ist auf dem Holzweg. Sie macht diese ganz kleinteiligen Dinge. Und das große Ganze hat sie überhaupt nicht auf dem Bildschirm. Und so, wie das im Augenblick geplant ist, ich habe das ein paar Mal geschrieben schon, wird das ein Flop. So ein bisschen wie die Corona-App. So ist mein Meinung. Ja, super. Also die EZB bereitet sich gerade irgendwie auf den Digitalen auch eine potenzielle Einführung vor. Aber es ist noch unklar, wofür genau, aus welchem Grund und ob es attraktiv ist, überhaupt attraktiv genug, um genutzt zu werden. Herr Schäffler, wie nähern Sie sich dem Thema des digitalen Euros? Wie finden Sie das, wieso finden Sie das interessant und aus welcher Perspektive nähern Sie sich diesem Thema? Ich bin erst mal erstaunlicherweise ganz bei Herrn Bofinger, was ich sonst nicht so bin, aber ich muss sagen, da bin ich, also ich bin da auch eher skeptisch. Also es gab ja in Europa verschiedene Versuche der Sparkassenorganisationen, aber auch der Privatbanken, gewisse Kartensysteme, Zahlsysteme durchzusetzen. Die sind alle mehr oder weniger gescheitert, wobei die Girocard natürlich auch in Deutschland durchaus auch seine Berechtigung hat und auch seinen Marktanteil hat. Aber gegen die großen amerikanischen Player ist das schwierig anzustinken. Und die Frage ist, was jetzt die EZB an dieser Stelle soll. Das wird mir ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig klar. Ich glaube, also mein Verdacht ist ein wenig, dass man digitales Zentralbankgeld für jedermann schaffen will, um letztendlich die Negativzinspolitik auch wirklich durchzusetzen, also das Bargeld zurückzudrängen. Da widersprechen natürlich die Zentralbanker vehement dagegen. Aber die Frage ist, was soll das sonst für einen Sinn ergeben, das Ganze zu machen? Dass China da vorangeht und auch weiter ist, ist, glaube ich, hat eine gewisse Logik, denn der Überwachungsstaat in China hat natürlich auch ein Interesse daran, einen Überblick über die Finanzströme besser zu bekommen. Und da hilft natürlich eine digitale Währung ungemein. In Europa, glaube ich, ist das nicht so einfach durchzusetzen. Es wäre auch eine Operation am offenen Herzen unseres Geldsystems. Also neben dem Schiralgeld, das auf dem Konten liegt, was ja schon digital ist, und dem Bargeld auf der anderen Seite noch digitales Zentralbankgeld zu geben, hat schon viele Risiken. Wenn man es begrenzt, so wie Herr Bofinger das gesagt hat, bei diesen 3.000 Euro, da wird es wahrscheinlich keiner wirklich nutzen, macht man die Grenze höher, dann läuft man Gefahr, dass der Bankrun viel, viel schneller stattfindet. selbst wenn man es negativer verzinsen würde, als der Markt es aktuell tut, würden die Leute es trotzdem umschichten, weil am Ende kann die Notenbank Notenbankgeld dauerhaft garantieren, und bevor das Geld auf dem Schirokonto oder auf das Schiralgeld verloren geht, dann ist man, glaube ich, auch bereit, negative Zinsen in Kauf zu nehmen. Also es ist nicht so einfach zu implementieren aus meiner Sicht. Also man stößt da letztendlich an Grenzen und deshalb ist auch Jens Weidmann ja sehr, sehr skeptisch, was das Ganze betrifft. Ich finde auch mit einem gewissen Recht, weil es eben schwierig zu implementieren ist. Also man kann natürlich sagen, man schafft die Geldschöpfung durch die Banken ab und macht den Wechsel zu einem Vollgeldsystem, in dem man nur noch der Zentralbank die Ausweitung der Geldmenge zugesteht. Aber darüber kann man ja gerne diskutieren, aber so einen halben Weg dahin oder so ein bisschen dorthin zu gehen, glaube ich, funktioniert nicht. Dann hat man die Nachteile beider Welten quasi vereint und deshalb, glaube ich, ist das kein vernünftiger Weg. Ja, Sie haben vorhin gesagt, dass die Einführung eines digitalen Euros eine Operation am Herzen des Geldsystems sein würde und deswegen nehme ich an, sind Sie der Meinung, dass eher vorsichtig umgegangen werden soll mit diesem Thema und so hat die EZB eine Konstellation auch durchgeführt, indem sie erstmal von ganz vielen Menschen Positionen eingeholt hat, was deren Gedanken sind. Da haben über 8200 Menschen Teil, oder es gab über 8200 Einsendungen, es war die erfolgreichste Konstellation der EZB bis zu diesem Zeitpunkt. Interessanterweise waren knapp über 40% aus Deutschland, also eine überproportional starke deutsche Beteiligung. Ein Punkt, der unter anderem in diesen Konsolidationen immer wieder hochgekommen ist und den Sie auch gerade genannt haben, Herr Schäffler, ist der Punkt des Bank-Uans. Zu den anderen Punkten gehen wir später noch einen, aber weil Sie das genannt haben, Herr Buchfinger, vielleicht können Sie kurz erklären, was damit gemeint ist, wieso gibt es die Gefahr eines Bank-Uans, wenn ein digitaler Euro eventuell von der Zentralbank eingeführt wird? Ja, gerne. Ich meine, diesen Bank-Run kann es natürlich immer geben, wenn jetzt das Vertrauen ins Bankensystem schwindelt durch irgendwelche Schocks oder Krisen und jetzt ist natürlich im Augenblick das Problem, wenn ich jetzt 10 Millionen auf dem Konto habe, ist es etwas mühsam, mir das alles in bar auszahlen zu lassen und dann mache ich es vielleicht doch nicht so schnell und natürlich ist das praktisch, wenn ich dann einfach die 10 Millionen durch einen Luftdruck zur ECB rüberwandern lasse. Das geht schon einfacher. Dabei ist auch wichtig, Herr Schäffler hat das im Prinzip schon gesagt, selbst diese 3.000-Euro-Grenze hilft nicht. Also wenn die EZB sagt, über 3.000-Euro gibt es was für nicht, 2% Strafzinsen, wenn ich jetzt mal für ein Vierteljahr in einer Panik-Situation mein Geld bei der EZB parke, um das dann 100% sicher zu haben, wenn ich dann so mal 2%, das ist dann auf dem Vierteljahr, das ist nichts, das muss mal 5%, da müsste die EZB dann schon minus 50% machen oder so und das können sie eigentlich auch nicht machen. Das heißt also, selbst diese Grenze von 3.000 Euro hilft nicht, weil dann in der Tat, bevor ich 10 Millionen verliere, dann zahle ich halt die Strafzinsen und wahrscheinlich ist das ja nur eine kurze Periode, mal so ein Vierteljahr, bis das System sich wieder gefangen hat und deswegen macht sich die EZB da was vor. Also dieses Problem biegt man auf die Art und Weise nicht weg. Genau, es gibt also schon in den Plänen EZB bestimmte Reglementierungen, unter anderem wie viel digitale Euros gehalten werden kann. Sie haben nochmal gesagt, dass eine Motivation eventuell ist, dass das Geld bei diesem Zentralbankkonto sehr sicher ist. Vielleicht können Sie mal kurz sagen, was Sie damit meinen, wieso ist das sicherer, als wenn ich mein Geld jetzt bei der Geschäftsbank zum Beispiel habe. Gerne. Ich meine, es ist ja so, dass wir eine Einlagensicherung haben, das heißt, wenn ich mein Geld bei einer Geschäftsbank habe, bis zu 100.000 Euro sind 100% sicher, würde ich sagen. Die Einlagensicherung kann auch zusammenbrechen, aber es ist unwahrscheinlich. So, wenn ich über 100.000 habe, haben wir diese neuere europäische Richtlinie zur Bankrestrukturierung und da ist explizit vorgesehen, dass jetzt Leute, die ein Guthaben bei einer Bank haben, dann, wenn die Bank jetzt eben das Kapital nicht mehr ausreicht, dass das dann die Einleger einen Bail-In erfahren. Das heißt, dass sie eben damit rechnen müssen, je nachdem, wie die Schieflage ist, dass sie halt einen Teil jetzt ihres Geldes verlieren. Es wird sogar explizit gefordert in dieser Richtlinie, dass bevor der Staat reingeht, muss der Bail-In der privaten Einleger stattfinden. Und das ist halt, ja, das ist natürlich schon ein Risiko. Man kann schon jetzt genau beurteilen, wie gut die Bank ist, bei der er sein Geld hat. Das ist einfach für den Verbraucher überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich vergleiche das immer mit einer Fluglinie. Also wenn ich jetzt mit Ryanair fliege und die stürzt ab, dann wird auch keiner sagen, jetzt ist das Flugzeug für einmal geprüft, ob das gut ist. Und so ähnlich ist das bei einer Bankbilanz. Wenn ich Geld bei einer großen Geschäftsbank habe und die geht morgen in die Knie, dann kann auch keiner sagen, hättest du mal die Bilanzen angeguckt, hättest du alles gesehen. Also ich meine, die Idee, dass jetzt der Verbraucher die Sicherheit solcher komplexen Strukturen beurteilen kann, ist eben völlig daneben. Das musst du mal sagen. Das ist einfach völlig Fehleinschätzung. Deswegen kann man jetzt nicht sagen, du hast bei der Bank einen höheren Zins gekriegt, hättest du es halt mal geprüft. Und deswegen müsste man eigentlich von staatlicher Seite schauen, dass man vielleicht bei den Geschäftsbanken auch absolut sichere Einlagen schafft, die dann bei den Geschäftsbanken kein Billigen haben, die halt dann entsprechend niedriger Zinsen kriegen. Und das wäre sicher eine Lösung, dass man sagt, das wird garantieren. Wenn du da 10 Millionen hast, kriegst du 1% weniger Zinsen oder so, aber dafür ist es sicher. Und wie gesagt, natürlich, wenn die INCW das anbieten würde, wäre es großartig, aber aus gutem Grund will sie das nicht. Was viele nicht wissen, ist ja, dass Einlagen bei einer Bank im Kern nachrangige Darlehen sind, die bei der Insolvenz auch ganz am Schluss erst befriedigt werden. Und das ist eben das Problem. Und deshalb gibt es ja Einlagensicherungsfonds, die das Vertrauen dann für die Anleger ein Stück weit versuchen aufzubauen. Ja, aber das gilt halt nur bis 100.000 Euro. Insofern greift das, was Herr Bofinger vorhin gesagt hat. Also diese ganze Diskussion, ich finde die sehr spannend, aber für den Fall, dass eine Inflation kommt, dann sprechen wir über Dinge, die alle irrelevant sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema, müssen wir vielleicht auch heute nicht streiten. Aber ich möchte auf zwei Punkte, die wirklich wichtig sind, aus meiner Sicht zumindest nochmal hinweisen. Europa hat keine Strategie. Wenn ich mir China anschaue, dann wird dort seit 2014 das Projekt einer digitalen chinesischen Währung vorangetrieben, ganz strategisch mit viel Manpower, Banken mit dem Projekt und so weiter und so fort seit 2014. Und das muss man sich so vorstellen, dass dort quasi inzwischen natürlich auch programmiert wird. Da sitzen Leute an der Tastatur am Programmieren und nächstes Jahr ist das Projekt fertig. Dann wirklich bildlich gesprochen können die Programmierer nach Hause gehen, weil es fertig ist. Es ist abgeschlossen. Und warum macht China das? Weil man mit einer digitalen Währung dieser Art auch außerhalb des Landes die chinesische Währung ganz schnell transportieren kann. Einmal um die gesamte Welt in ein paar Sekunden. Es gibt einen relativ starken Zahlungskorridor zwischen Bangkok und China oder zwischen Thailand und China. Relativ ineffizient mit einer digitalen chinesischen Währung könnten sie zwischen Bangkok und Peking Gelder in Sekundengeschwindigkeit hin und her transportieren. Transaktionskosten nahe Null. Zusätzlich versucht China auszuloten, ob man die chinesische Infrastruktur ausweitet für andere asiatische Staaten und vielleicht sogar für afrikanische Länder. Das muss man sich mal vorstellen. Die verwenden quasi ein Zahlungssystem als Instrument von Geopolitik, weil sie eine Vision haben. Und die Vision wird quasi auch durchgeführt. Jetzt nach Amerika. Andere Seite. Amerika hat das Thema auch ehrlich gesagt verschlafen, genauso wie die EZB. Aber Amerika hat jetzt Glück, weil es gibt nämlich die Blockchain-basierten US-Dollar referenzierten Stablecoins. USDT wird Stand heute mit 250 Milliarden pro Tag hin und her geschoben. 250 Milliarden pro Tag. Das sind Billionen pro Monat. Natürlich auf Blockchain-Basis einverstanden. Neben dem USDT gibt es noch den USDC. Heute oder gestern hat Diem, ehemals Libra, bekannt gegeben, dass sie keine Lust mehr auf Europa haben und faktisch jetzt eben auch den Dollar auf Blockchain-Basis machen. Und das machen die Europäer und die europäische Politik in Brüssel und Berlin, die frohlocken. Die freuen sich, Facebook mit Libra schrägstrich Diem in die Flucht geschlagen zu haben. Aber wozu führt denn das? Amerika hat zwar kein ähnliches Projekt wie China, aber Amerika hat Stablecoin-Projekte, hunderte Milliarden Transaktionsvolumen pro Tag. Das heißt, Amerika hat quasi eine Lösung, aber eben halt aus der Kryptowährungswelt, aber das macht nichts. Sie funktioniert und kriegt jetzt mit Facebook-DiEM-Libra nochmal eine ordentliche Verstärkung. Das heißt, China hat eine Staatslösung, Amerika hat eine privatwirtschaftliche Lösung, die eben jetzt mal dem Kryptowährungs-Ökosystem entsprungen ist. Ist egal, ist der Dollar auf Blockchain-Basis, weltweit transportierbar innerhalb von wenigen Sekunden. Und was hat Europa? Gar nichts. Weder eine Staatslösung wie in China noch eine privatwirtschaftliche Lösung wie in Amerika. Und ich frage mich immer, wo führt das alles hin, wenn jetzt quasi das schon Geschichte ist, was sind denn dann die nächsten Schritte? Und ich frage mich natürlich auch, warum das in der Politik in Berlin, Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten nicht verstanden wird. Und ich frage mich noch viel mehr, warum man jetzt nach dem Abzug von Facebook in Euphorie ausbricht. Das ist total absurd. Das teile ich. Das haben Sie völlig recht. Das ist ja ein allgemeineres Problem, das wir haben, das ja nicht nur auf Zahlungsplattformen begrenzt ist, dass wir eben generell industriepolitisch in Europa nicht viel machen. Die Chinesen machen ja nie nur jetzt im Zahlungsverkehr, die machen das bei Batteriezellen, die machen das bei Solarzellen, die machen das bei 5G, die machen das bei 5G-Intelligenz. Die Amerikaner machen auch gezielter diese Dinge als wir in Europa. Das ist da irgendwie zwischendrin und deswegen ist das jetzt gar nicht so etwas Spezielles, würde ich sagen, dass wir im Zahlungsverkehr nichts haben. Das passt zu den anderen Bereichen. Bevor wir, also nochmal später darauf hinausgehen, was genau die EZB anders machen sollte, vielleicht können Sie, Herr Santner, kurz erklären, was genau die Gefahr ist, wenn zunehmende, nicht ein Euro-denominierte, kluppte Werte, wie zum Beispiel das herbeg vorgetragene Libra, jetzt die von Facebook benutzt werden. Wieso genau ist das eine Sorge und was hat das mit der EZB und dem digitalen Euro zu tun? Genau, also ich sage gerne meine Meinung, aber da müsste der Herr Bofinger mir als jemand mit noch weitaus mehr VWL-Erfahrung als ich bitte zur Seite springen dann. Gerne. Also deswegen kann auch falsch liegen, aber ich sehe das so. Währungen digitalisieren sich. In China habe ich eine, quasi ein Staatsinitiative, System, was von der Technologie her sich dann ausweiten könnte auf die gesamte asiatische Region plus Afrika. Dann in Amerika habe ich Blockchain-artige Systeme mit dem US-Dollar-basierten Stablecoin. Das breitet sich eben auch aus und zwar auch weltweit. Das ist so eine Art Verbreitung des US-Dollars. Das heißt, die chinesische Technologie verbreitet sich aufgrund einer guten Staatslösung. Die amerikanische Variante, also der Dollar, verbreitet sich aufgrund dessen, dass er eben auf Blockchain-Systemen notiert ist. Und dann kann ich einfach bildlich gesprochen von Südafrika nach Alaska einen US-Dollar-Transfer machen, innerhalb von 10 Sekunden. Das geht heute nicht. Peer-to-peer von einem Mensch zum anderen 10 Sekunden 20.000 US-Dollar. Das ist wirklich irre. Und Europa hat eben hier nichts anzubieten. Und wenn jetzt quasi der technische Vorsprung von einerseits China und andererseits US-Dollar, also auf Blockchain-Basis eben relevant ist, dann müsste das dazu führen, dass die Leute weltweit, Unternehmen und so weiter, entweder die eine Lösung oder die andere Lösung verwenden, aber eben nicht den analogen Euro, wo es eben keine äquivalente Lösung gibt. Das würde dazu führen, dass die Bedeutung des Euro weltweit sinken müsste, weil eben die Leute beginnen, andere Alternativen zu verwenden. Und so wie ich das zumindest von der Logik her sehe, müsste das zu einer Schwächung des Euros führen, bis hin zu einem Kaufkraftverlust im Vergleich zu anderen Währungen. Aber das ist genau der Punkt, wo ehrlich gesagt der Herr Wofinger einspringen müsste. Herr Wofinger? Ich finde, dass die Währungen eigentlich gar nicht so schrackend sind. Das Tolle an diesem modernen Zahlungssystem ist eigentlich, dass die Währung völlig egal ist. Das ist ja das Schicke an PayPal. Ich habe glaube ich 26, 28 Währungen und das ist einfach eine Umrechnung. Also das ist gar nicht das Entscheidende. Deswegen ist ja die ganze Idee, ich bin den digitalen Euro schon Quatsch. Ich bräuchte ein digitales Europa-Zahlungssystem, das mit ganz viel Währung umgehen kann. Der Trick ist doch genau, dass ich nicht wechseln muss zwischen, dass ich jetzt eben bei PayPal, ich glaube, ich kann wahrscheinlich schon von Südafrika nach Alaska, bei PayPal schaue ich das auch sofort peer-to-peer, würde ich mal behaupten. Das geht schon. Also das ist ja das Geniale an diesem Zahlungssystem, dass sie eben nicht eine Währung geboten sind. Das war ja auch der Fehler von Libra am Anfang, dass Facebook sagte, wir wollen eine eigene Währung. Das war völliger Quatsch. Und das haben die auch erkannt jetzt, indem sie sagen, wir machen dann Euro-Libra, wir machen Euro-Libra und so weiter. Also die Währung ist gar nicht so entscheidend, daran hängt es gar nicht so. Das gute System kann eben mit all diesen Sachen umgehen. wie im Internet kann ich auch alle möglichen Browser nehmen. Das ist wirklich egal. Und deswegen geht das in die falsche Richtung. Ein gutes System kann mit ganz vielen Währungen ganz verboten gehen. Und entscheidend ist dann bei diesem System, welche Guthaben werden dann zur Zahlung herangezogen. Das ist ja eigentlich entscheidend. Also wo halte ich meine, welcher Währung halte ich die Guthaben, mit denen ich Zahlungen mache. Darum geht es so eigentlich. Für das System ist das egal. Und ob jetzt die Leute zunehmend jetzt im Euro-Raum, die jetzt Dollar-Guthaben halten, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich dann einfach ein Wechselkostrisiko habe. Das war ja das Problem von Libra. Das war ja ein Währungskorb. Und der Währungskorb wäre der Euro-Anteil irgendwie 30% gewesen. Das heißt, wenn ich jetzt als Verbraucher mein Euro-Guthaben bei der Sparkasse in Dien oder Libra umgetauscht hätte, habe ich dann zu zwei Drittel Fremdwährung. Und da gibt es gar keinen Grund dafür, weil eben ein gutes System kann, das ist völlig unnötig, solch eine globale Währung zu haben. Das braucht man gar nicht mehr. Deswegen meine ich, ist das Libra-Ding eigentlich auch falsch gestartet. Ich glaube, dass Libra so, wie es im Augenblick ist, fehlkonzipiert ist, ehrlich gesagt. Wenn ich das mit PayPal vergleiche, ist der Vorteil bei PayPal, es braucht kein Guthaben bei denen, um Transaktionen zu machen. Das ist das Ideale. PayPal sitzt einfach oben drauf und zieht dann über die Kreditkarte von meinem Sparkassenkonto und macht alle meine Transaktionen. Bei Libra war die Idee bisher zumindest, ich muss erst mein Geld dahin baggern zu denen, wo ich nicht weiß, ob es sicher ist und dann kann ich Transaktionen machen. Und das PayPal ist viel eleganter. Wenn ich Lust habe, kann ich mein Geld bei PayPal haben, aber ich muss es nicht. Und deswegen finde ich, ist das ganze Projekt, zumindest so wie es bisher gelaufen ist, deutlich schlechter als PayPal. Und wenn die nicht, die einzige Chance, die die haben, ist, wir machen PayPal. Wir machen das genauso, wie die das machen. Aber zu sagen, du musst erst Geld bei uns reingeben, damit du zahlen kannst, ist für dich, das läuft nicht. Ich werde Sie in ein paar Minuten nochmal alle fragen, was Sie der EZB raten würden, was sie tun sollte. Bevor möchte ich nochmal auf die verschiedenen Gründe eingehen, die die EZB selber nennt, als Szenarien, die eine Einführung eines digitalen Euros erfordern. Unter anderem wird genannt, dass die die Benutzung des Bargeldes zurückgehen kann, was eine Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes erfordert. Es wird auch genannt, dass durch Naturkatastrophen es sinnvoll ist, eine digitale Zentralbankwährung zu haben, auf die zurückgegriffen werden kann, wenn andere private Zahlungsmittel ausfallen. Herr Steffler, wenn Sie diese bestimmten Szenarien hören, die vielleicht eine Einführung des digitalen Zentralbankgeldes nötig machen, was ist Ihre erste Reaktion dazu? Würden Sie sagen, das klingt gerechtfertigt, das klingt sinnvoll, sich auf Basis dieser Szenarien darauf vorzubereiten oder ist es nicht ausreichend und sollte die EZB echt einen anderen Weg dort einschlagen, wie vorher schon mehrfach angekommen? Also ich glaube, diese Szenarien, ja, das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, der Rückgang des Bargeldes oder die Akzeptanz des Bargeldes hat ja nicht nur etwas mit kulturellen oder ökonomischen Veränderungen zu tun, sondern hat auch viel mit Regulatorik zu tun. Wenn Sie das Bargeld für den Handel teuer machen, dann setzt er eben unbare zahlungsweise lieber ein, weil die dann irgendwann günstiger wird als die Bargeldabwicklung. Das kostet ja auch Geld. Wenn die Bundesbank sagt, das muss alles auf Fälschungssicherheit am Ende des Tages überprüft werden, selbst die Münzen, dann macht das das Ganze natürlich teuer. Und Naturkatastrophen, naja gut, das kann man umgekehrt sehen, wenn wir Stromausfall haben, wird es auch schwierig, digital zu bezahlen. Ja, also das ist immer relativ. Also ich glaube, am Ende ist es das, was Herr Sandner gesagt hat, am Ende geht es natürlich auch ein bisschen um Geopolitik, um globale Vorherrschaft. Und die Amerikaner haben eben über Jahrzehnte im Kern ihre Staatsverschuldung über die Welt verteilt, über ihren Dollar, über ihre Dollar-Dominanz und mit der wachsenden Stärke Chinas, die ja im Wesentlichen eine wachsende wirtschaftliche Stärke ist, kommt irgendwann auch eine geopolitische Stärke im Bereich der Sicherheitspolitik und so weiter. Und das spielt natürlich aus meiner Sicht im Hintergrund eine wesentliche Rolle. Und wir sind da irgendwie in so einer Sandwich-Situation mittendrin und haben keine Strategie. Da bin ich ganz bei meinen Vorrednern. Das ist natürlich schon ein bisschen das Problem. Aber vielleicht könnte eine Strategie eben sein, Alternativen in Europa zuzulassen. Deshalb finde ich es auch sehr schade, dass man es nicht geschafft hat, ein Klima zu schaffen in Europa, wo sich solche Institutionen wie Facebook oder dann mit Diem hier eine Heimat haben. Das wäre doch viel sinnvoller gewesen. Wir hätten diesen Prozess in Europa mitgestalten können, datenschutzrechtlich, auch geldpolitisch, hätten darauf Einfluss nehmen können. Jetzt gehen die nach Amerika, da haben wir keinen Einfluss darauf. Jetzt müssen wir warten, was die produzieren und dann rollen die das aus und dann müssen wir irgendwann mal mit den Folgen hier auch in Europa leben. Das ist doch keine gute Situation. Deshalb meine ich, müssten wir eigentlich für solche währungspolitischen Ideen, die es ja am Markt gibt, da müssten wir offener sein und müssten die hier auch zulassen und eben in unserer Welt versuchen, nach unseren Standards, nach unseren Idealen zuzulassen. Und dann gibt es genügend Pflänzlein auch in Europa, die auch zu sowas dann werden können. Und nur, wir versuchen das eben immer tot zu regulieren und am Ende wirklich ist das nicht gewünscht und deshalb gehen die Unternehmen irgendwo anders hin. Ja, ich sehe, dass wir sehr viele Fragen schon haben, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir schon ganz kurze Anmerkung noch, also ein Pflänzchen haben wir ja in Europa, klar, Schweden ist 20-Euro-Raum, aber Europa ist es. Und das wächst ja gar nicht schlecht. Vor ein paar Jahren haben alle gesagt, das zarte Pflänzchen ist doch Wirecard. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Aber sozusagen würde ich deswegen kurz vorschlagen, dass wir dass sie alle kurz, wenn es geht, in einer Minute etwas zu den folgenden Fragen sagen. Und das ist, wenn wir uns angucken, was die Europäische Zentralbank gerade im Sinne eines digitalen Euros plant, also ein digitaler Euro, der zugänglich ist für alle BürgerInnen in der Fachsprache Retail CBTC, würden Sie sagen, es hat nach der momentanen Planung einen Mehrwert für BürgerInnen? Und wenn nicht, was würden Sie raten, dass die EZB für eine alternative Route einschlägt? Oder Welche Akteure sind gefordert gerade in dieser Situation, wenn Sie vielleicht, wie es vorher schon angeklungen ist, sagen, dass die EZB gar nicht gerade der Hauptakteur ist, der erfordert ist, in einer Umgebung von einer steigenden Dominanz von amerikanischen IT-Bezahls-Dienens-Leistern aktiv zu werden. Vielleicht, Herr Sandner, möchten Sie starten? gerne. Also, in Schweden gibt es ja auch die Ansätze, eine sogenannte Zentralbank digitale Währung für Bürger zu bauen. Das heißt, da gibt es schon gute Gründe dafür. Ich glaube, da würde ich auch dem Herrn Boffinger zustimmen, so wie die EZB momentan agiert, das ist zu wenig und dieses wenige geht noch in die falsche Richtung und das, was zu wenig in die falsche Richtung geht, ist auch noch viel zu langsam. Was wäre mein Rat? Personal aufbauen, teilweise auch Personal austauschen, weil die Leute dort das wirklich nicht richtig verstanden haben, das sage ich wirklich ganz deutlich, weil was ich jetzt hier sage, das sage ich ja seit zwei Jahren, aber das kommt irgendwo einfach nicht an. Ich wäre auch dringend dafür, intensiv Personal aufzubauen. Es gibt in Europa wirklich tolle Leute, Spanien, Italien und so weiter, die alle das Thema CBDC, digitaler Euro und so weiter toll verstanden haben. Warum gibt es nicht schon längst einen Experten im Gremium, 10, 20 Mann, die auch dafür bezahlt werden, die nicht immer umsonst arbeiten müssen, um quasi ihr Know-how einzugeben, damit man daraus kondensieren kann, ein Projekt, was wirklich sinnvoll ist, in die richtige Richtung gehen und auch mit Budget besetzt ist, sodass man auch einen Gang zulegen kann. Wollen Sie weitermachen? Ja, den Herrn Sanden habe ich nicht viel hinzuzufügen, ausgehen die falsche Richtung. Ich würde der EZB sagen, think big und ich finde auch wichtig, was er sagt, man braucht auch andere Menschen dazu. Notenbanker sind halt Bürokraten, das ist ja auch nicht schlimm, ich bin mein ganzes Leben Beamter gewesen, aber man braucht Leute, die Fantasie haben, man braucht Leute, die irgendwie aus Startups kommen, müssen ganz andere Menschen dazukriegen, ob man die jetzt alle bei der EZB einstellen muss, weiß ich nicht, aber ich ja, also bringe den Weg und guck, dass er irgendwie mit anderen Leuten ganz andere Netzwerke bildet, um dann in die Richtung Zahlungssysteme zu gehen und nicht irgendwelche digitalen Ware, Bargelds Furograde zu schaffen. Also ich würde noch einen Satz hinzufügen, also die französische Zentralbank zum Beispiel, die machen das wirklich klasse, die nehmen den Euro, montieren den quasi zum Beispiel auf Blockchain Netzwerke wie Tesos oder ich glaube Stella war auch schon im Gespräch und so weiter, da wird einfach wirklich experimentiert mit den Lösungen, die es da draußen gibt, da werden die Leute eingeladen, da werden gemeinsame Projekte gemacht, da gibt es auch Budget, die Leute müssen nicht umsonst arbeiten und dann wird einfach an einer Testtransaktion mal ausprobiert, funktioniert es oder funktioniert es nicht und wozu können wir es brauchen, wozu können wir es toll und auch in Italien gibt es die Italian Banking Association das hat nichts mehr mit der Zentralbank zu tun dort, aber die machen auch wirklich ganz tolle Arbeit und in Deutschland gibt es auch tolle Banken LBBW Commerzbank und so weiter, die machen das auch gut als Geschäftsbank warum nicht diese ganze Kompetenz mal bündeln und zu überlegen was macht den wirklich Sinn ich glaube es macht überhaupt keinen Sinn so eine öffentliche Konsultation zu machen da kommt dann raus dass die Leute Vertraulichkeit wollen also ist doch trivial ja ich glaube auch dass man da zu wenig aktuell macht das ist ja immer so wenn ein Monopolist wie die EZB agiert und alle müssen sich nach ihr richten dann gibt es den Druck von außen nicht oder nicht so jetzt spüren wir einen gewissen Druck von außen aber das System ist eben sehr sehr behäbig und deshalb glaube ich muss man natürlich erstmal Know-how aufbauen bei Bundesbank und EZB und da gibt es ja auch viel in dem Bereich DeFi Decentralized Finance Projekte wo man auch unheimlich viel Geld sparen kann das System fitter machen kann weniger fehleranfällig machen kann nur da muss man eben mehr machen da muss man auch was zulassen und da geschieht aus meiner Sicht leider auch in Richtung Notenbank zu wenig Super Vielen Dank Ihnen allen für die Antworten zu der Frage oder den Fragen Ich würde mir jetzt ein paar Fragen aus dem Chat rauspicken und dann kann wer möchte darauf antworten eine Frage eine Frage die ich jetzt gerade rausgesucht habe ist ist der digitale Euro nicht auch eine große Chance die bekannten Schwächen des bestehenden Kredit Geld Systems zu überwinden und bei entsprechender Gestaltung die sozial-ökologische Transformation zu fördern vielleicht geht es auch ein bisschen darauf hinaus ob man durchaus die die was von einigen als Gefahr geframed wird dass wenn ein Zentralbank Geld kommt dass zu viele Menschen dann ihr Geld von der Geschäftsbank umschifften auf die Zentralbank dass das was als Gefahr gesehen wird durchaus auch zu einer zu einer ja dass die ECB die zusätzliche Liquidität oder das was sie dann auf ihrem Balanchine hat auch positiv nutzen kann für zum Beispiel eine sozial-ökologische Transformation so würde ich diese Frage jetzt ein bisschen verstehen möchte dazu jemand was sagen ich verstehe die Frage nicht also wie soll das geschehen zu dieser sozial-ökologischen Transformation was verstehen sie darunter das verstehen ich glaube dass es ein bisschen darum geht in so ein Vollgeldsystem zu gehen das ist die Idee die Idee ist natürlich wenn man Vollgeldsystem hat dann könnte jetzt die Notenbank das neu emittierte Geld quasi für soziale Projekte einsetzt vielleicht ist das so gemein ich bin jetzt kein Anleger von Vollgeld aber die EZB will das ja nicht also wenn man das will kann man das auch machen aber das kriegt man nicht über den digitalen Euro so wie er jetzt ist weil der ist ja ganz bewusst dann den werden die Flügel beschnitten oder so in dem dann kommen die Flügel beschnitten werden dass er nicht fliegen kann das heißt also das sind Diskussionen die kann man führen ich bin nicht dafür aber so wie die EZB das anlegt kommt das bestimmt nicht raus sie will ja das ist so ein Mittelding also sie entscheidet sich nicht sondern sie will es ein bisschen zulassen aber will gleichzeitig das Schragelsystem nicht über Bord werfen ja und irgendwie das passt halt nicht und deshalb glaube ich auch nicht dass das funktioniert gut dann würde ich zu der nächsten Frage übergehen die ich jetzt gerade dort sehe und die lese ich einfach vor denken sie dass sich langfristig Blockchain basierte Währungen durchsetzen können im Vergleich zu traditionellen Währungen hier könnten Zentralbanken denn dann noch Geldmarkt Operationen durchführen also ich glaube das fest also ich bin ziemlich sicher dass die Zentralbanken es sei denn sie sind jetzt in einem autoritären System ja aber auch da in autoritären System sind ja Kryptowährungen durchaus auch besonders beliebt weil die Menschen eben Ausweichmöglichkeiten suchen und ich glaube so schnell wie der Markt da agiert und Neues erfindet so schnell werden die staatlichen Währungen nicht reagieren können und sie werden überholt werden ja es wird dann Möglichkeiten geben wie wir auch grenzüberschreitend schneller besser sicherer zahlen können als wir das jetzt schon als wir das jetzt können und es wird auch bessere Wertaufbewahrungsmöglichkeiten über digitale Währung geben als wir das jetzt haben das sehe ich jetzt nicht so ganz aber ich bin auch nicht sehr ganz sicher ob wir jetzt tatsächlich das globale Zahlungssystem auf Blockchain aufbauen können das ist ja ein sehr umständiges System also ich meine wenn das zentral läuft geht es halt viel schneller und viel besser die Frage ist was ist der Vorteil jetzt dieser Blockchain und ja also ich kann mir nicht vorstellen bisher ist ja die Zahlungstransaktion Zahlungsgeschwindigkeit bei den ganzen Blockchain-Lösungen ist ja weitaus geringer als bei den zentralen Zahlungssystemen und wie das dann gehen soll wenn wir jetzt das gesamte Weltzahlungssystem auf Blockchain haben aber ich bin da es ja satt nach vielleicht zahlen der weiß das besser naja also in der Tat meine die Frage ist berechtigt aber es gibt schon gute Gründe für Blockchain-Systeme aber können wir auch gerne weiter drauf eingehen aber das braucht man dann extra schlenker kurz aber es gibt gute Gründe warum sich zum Beispiel sowohl Schweden als auch die Schweiz für Systeme entschieden hat bezüglich ihrer CBDCs die auf Blockchain-Basis ablaufen in dem Fall ganz konkret R3 Corda aus London da gibt es schon gute Gründe die Leute haben natürlich auch jahrelang alle Steinchen umgedreht und kamen zum Ergebnis dass Blockchain Sinn macht aber Blockchain ist natürlich nicht Blockchain das wissen wir auch das chinesische System muss anscheinend Blockchain-ähnlich sein auch wenn niemand irgendwelche Details kennt nicht ohne Grund beschäftigt sich die Italian Banking Association mit Blockchain-Systemen und die Zentralbank in Frankreich eben auch auch die Bundesbank macht es gut also es gibt schon gute Gründe und ich bin auch der Meinung dass Blockchain hier wirklich das System der Wahl ist in Zukunft Was ist denn der Vorteil von Blockchain gegenüber dem zentralen System? Also der Kernaspekt ist folgender dass sie vor allem den Euro wenn sie einen Bezahlvorgang haben dann kaufen sie ja etwas mit dem Euro sie kaufen zum Beispiel ein Wertpapier und heutzutage haben sie das eine Wertpapier in einem einen IT-System und den Zahlungsverkehr in einem anderen IT-System das eine heißt Bank und das andere heißt bildlich gesprochen Börse und beide Systeme müssen sie mühsams miteinander synchronisieren und das wird gemacht über Clearing Houses und das Clearing House ist nur dafür da das eine System mit dem anderen System zu synchronisieren das kostet Zeit Geld Kosten und erzeugt ein Risiko weil das Clearing House ausfallen kann wenn sie jetzt ein Blockchain-System haben wo die Währung drauf ist und direkt daneben zum Beispiel die Aktie also Aktie und Euro auf ein und demselben System dann können sie sich das Clearing House in Gänze sparen weil das ersetzt wird durch ein Smart Contract quasi durch Technologie so dass das Trading komplett risikofrei ist das findet dann schneller statt bei günstigeren Kosten und mit einem niedrigeren Risiko weil sie das gesamte Clearing House entfernen können und deswegen darf man Blockchain-Systeme nicht nur von dem Zahlungsfluss heraus denken deswegen ist die Perspektive auch einer Zentralbank falsch weil die sieht ja nur den Euro wie er von A nach B fließt man muss den Euro mit dem Kontext betrachten zum Beispiel der Euro im Kapitalmarkt zum Einkauf von Aktien oder ähnliches und wenn ich dann den Zahlungsfluss mit dem Austausch von Aktien oder ähnliches quasi gemeinsam betrachte also den Kontext dann kommt als Ergebnis immer Blockchain raus aber wenn sie nur den Euro hin und her schubsen wollen von A nach B und sich gar nicht dafür interessieren was macht man denn mit den Euro Aktien keine Ahnung dann haben sie die Zentralbank Perspektive und dann kommen sie zurecht zum Ergebnis dass sie dafür Blockchain nicht brauchen ich meine ich würde dann noch Wertpapiere kaufe oder nur in dem Supermarkt nicht mehr für jeden jeden Eingang im Supermarkt die Blockchain brauchen weiß ich auch nicht aber gut genau bevor wir weiter zu genau würde ich noch gerne Fragen in dem rausnehmen und ich sehe dass Bernd Rode ganz viele Fragen gestellt hat auch eher grundlegende Fragen und da greife ich jetzt eine aus oder zwei die erste ist warum brauchen wir Girald Geld und dann die zweite ist soll das digitale Geld der EZB das Girald Geld ersetzen vielleicht ist das nochmal eine Möglichkeit das Verhältnis zwischen Girald Geld auf den Geschäftsbanken und dem digitalen Euro der EZB klar zu machen und was würde sozusagen mit dem einen passieren wenn das andere kommt was würde mit Girald Geld passieren wenn der digitale Euro der EZB kommt vielleicht können Sie dazu noch was sagen ich glaube was heißt brauchen wir Girald Geld die Frage stellt sich vielleicht so nicht richtig denn wir haben es und die Frage ist immer wie kommt man von einer Welt zur anderen Welt ja man kann natürlich lange über Vollgeld diskutieren aber die Frage ist ja wie kommt man von einem Girald Geld System in ein Vollgeld System da gibt es auch Vorschläge aber ich glaube die gehen nicht ganz schmerzfrei die kommen nicht ganz schmerzfrei einfach so über Nacht ja und deshalb glaube ich sind so Übergangsfragen immer ganz entscheidend wenn man am offenen Herzen des Währungssystems arbeitet und deshalb glaube ich werden wir das Girald Geld System schon noch eine gewisse Zeit haben weil einfach die Übergänge so schwierig sind ja wir hätten natürlich bei Vollgeld auch Girald Geld ein Girald Geld ist einfach ein Guthaben bei einer Geschäftsbank und Vollgeld würde ja nur bedeuten dass jetzt dieses Guthaben bei der Geschäftsbank dass da keine Kredite mehr in der Bankbilanz auf der Aktivseite stehen sondern auf der Aktivseite der Bankbilanz nur noch Reserven bei der Notenbank steht das Girald Geld im Sinne von einem digitalen Geld bei der Geschäftsbank wird es wird es immer geben gibt es ja auch schon seit ich weiß gar nicht seit 500 Jahren nicht aber also es wird ja schon ewig über Bankkunden gezahlt also das ist ja keine Innovation und deswegen ist natürlich auch der Name digitaler Euro schwachsinn das ist ja das ist schon der erste große Fehler weil der Euro als auf die Welt kam 1999 war er digital und den Bargeld Euro gab es erst später das ist von der EZB da schon vom Namen her ist schon in die falsche Richtung Ja ich habe eine Frage noch von Tibor Grün und die ist die lese ich jetzt auch wieder nur vor könnte man mit dem digitalen Euro so etwas wie den Banker und auch Keynes schaffen bei dem Gläubiger ihre Überschuss und Schuldner ihre Defizitposition abbauen etwas was der Euro so wie er jetzt da ist anscheinend nicht geschafft hat das war der erste Anfang der Frage nochmal könnte man mit dem digitalen Euro so etwas wie den Banker und nach Keynes schaffen ich hoffe nicht vor allem das war ja der Banker das ist ja die Idee ein globales System zu machen ohne dass wir in die Details von den Banker gehen aber das war die Idee das war ein globales System ich meine das Grundproblem ist dass man ein auf den Währungsraum bezogenes System macht wo die Zahlungssysteme heute alle eben global sind das ist einfach das schon der ganze Späne ist das besonders absurd nicht so ein kleines Ländchen bin wie ich jetzt mal für Schweden so ein Zahlungssystem mache fahre ich besonders daneben gut ich gehe weiter in den Fragen die ich mir jetzt ausgesucht habe ist folgende wie stehen Sie zum wachsenden Markt der Kryptowährungen sehen Sie diesen wachsenden Markt als gefährlich für die Ziele der EZB also ich starte gerne bei der Frage ich mag ja den Bereich sehr gerne also ob das jetzt schlecht ist oder nicht würde ich gar nicht so unbedingt beurteilen weil die Frage ist doch ob es gut für die Menschen ist ob das jetzt gut für die EZB ist oder nicht erachte ich als irrelevant und insofern ist aus meiner Sicht ehrlich gesagt das zentrale Kriterium ist der Härtegrad eines Assets also die Bitcoin Profis werden das kennen unter der Stock-to-Flow Logik und der Härtegrad ist quasi der Kielwert von der Inflationsrate wenn der Inflationsrate niedrig ist 1% dann wäre der Härtegrad 100 wenn die Inflationsrate 2% ist wäre der Härtegrad 50 wenn die Inflationsrate 4% wird wie ich es persönlich jetzt mal für dieses Jahr erwarten würde dann geht der Härtegrad runter auf 25 und dann ist die Frage wohin orientieren sich die Menschen und mein Bauchgefühl wäre und das hat sich in der Vergangenheit also die letzten 100 Jahre auch schon gezeigt ist die Menschen orientieren sich zu dem Asset zu dem Vermögensgegenstand mit dem härtesten Härtegrad wenn quasi eine Währung weich wird dann orientieren sich die davon weg und orientieren sich anderen Währungen hin das sehen Sie in der Türkei deswegen ist Kryptowährungen sind dort so im Aufschwung das sehen Sie in Nigeria mit dem mit dem höchsten Bitcoin-Verbreitungsgrad warum weil dort die lokale Währung einer immensen Inflationsrate ausgesetzt ist damit ist der Härtegrad relativ niedrig also unter 20 und der Bitcoin hat eben Stand heute einen Härtegrad von 52 deswegen sehen Sie dort quasi das Umschiften von Kaufkraft weg aus der nigerianischen Währung hin zu Bitcoin das gleiche sehen Sie in der Türkei und das gleiche wird man auch glaube ich ehrlich gesagt in Europa und so weiter in kleinerem Ausmaß sehen wenn das Thema Inflation tatsächlich zu uns kommt wie es kommen könnte Gold zum Vergleich hat einen Härtegrad von 62 es stand heute noch höher als Bitcoin und hat deswegen auch natürlich eine gewisse Attraktivität aber was ich damit sagen will ist diese Zahlen sind dynamisch die können sich ändern und der heutige Härtegrad von Euro unter der Annahme von einer Inflationsrate von 2% wäre 50 wenn die Inflationsrate steigt auf 4% wäre der Härtegrad 25 dann ist Bitcoin plötzlich deutlich besser und dann wird man sehen ob die Leute sich wie in den vergangenen hunderten von Jahren auch so langsam also ganz 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 langsam Stück für Stück orientieren hin zu einem Asset mit einem höheren Härtegrad aber ob das jetzt Blockchain passiert ist oder nicht ist egal es könnte noch Muscheln sein oder Steine oder was auch immer aber es geht um den Härtegrad ehrlich gesagt bei dem Härtegrad von Bitcoin ehrlich gesagt da habe ich so ein bisschen meine Probleme ich meine diese Kryptowährung zeichnet sich ja dadurch aus als privates Finanzaktivum dass es ein Aktivum ist das keinerlei Anspruch beinhaltet deswegen ist eigentlich gar nichts da ich meine das ist ja das faszinierende in Kryptowährung alle anderen privaten Assets Finanzaktive haben einen Anspruch wenn ich eine Aktie habe wenn ich eine Anleihe habe wenn ich eine Option habe ich habe immer einen Anspruch gegenüber dem Immittent bei den Kryptowährungen habe ich einen Anspruch gegen nichts bei Gold haben sie auch irgendwie bei Gold habe ich aber das Ding bei Gold habe ich ja das Gold als Aktivum und das ist ja nicht das andere ist ja nur Luft bei Gold habe ich ja doch immerhin kann ich den Gold plumpen kann ich mir irgendwie noch was weiß ich meine 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 waschwecken oder so Gold ist ja auch kein Gold ist kein Finanzaktivum Gold ist ein Sachaktivum genau aber also da möchte ich auf einen Punkt wirklich zumindest nach meiner Logik Wert legen ob es anfassbar ist wie bei Gold oder nicht anfassbar wie bei Bitcoin ist aus meiner Meinung komplett irrelevant weil es geht um die Glaubwürdigkeit der Knappheit und die ist bei Bitcoin gegeben und die ist bei Gold auch gegeben und wenn etwas knapp ist dann entfaltet es einen Wert da ist auch ein kleiner Denkfehler drin dass eben die chemischen Elemente vorgegeben sind ja aber die Kryptowährung kann es beliebig viele geben ich kann jeden Tag eine neue kommen mit neuer mit neuer Technologie besserer Technologie das heißt Bitcoin ist limitiert aber die Kryptowährung ist unendlich und da ich einen technischen Fortschritt gute Ideen glaube bin ich sicher dass wir früher oder später Kryptowährung bekommen die viel besser sind als Bitcoin technisch besser attraktiver und so weiter und dann lassen die Leute Bitcoin einfach legen gehen weiter also diese das kann sein diese Knappheit von Bitcoin ist doch überhaupt nichts spannendes weil es eben viele gibt und das kann jederzeit im Einzug unterschätzen Bitcoin hat halt schon eine gewisse Verbreitung erreicht im Sinne des Brandings bei 15 Millionen Menschen weltweit und in Nigeria und in der Türkei und anderswo genauso auch wie die Nummer 2 Ethereum das heißt sie haben Momentum-Effekt aufgrund des Brandings und nicht vergessen sie haben 200 Kryptobörsen die sind programmiert alle als Basiswährung Bitcoin und sie können dieses Momentum nicht entfernen weil sie können nicht 200 Kryptobörsen über Nacht umprogrammieren keine Chance da sind viel zu viele Leute dahinter die quasi dieses System so weiterlaufen lassen wollen deswegen haben sie einen Momentum-Effekt ein Branding und das kriegen sie nicht mehr weg aber Herr Sandner es kann natürlich schon sein dass das Vertrauen in Bitcoin aus irgendeinem Grund den wir heute nicht kennen schwindet ja nur so what dann sind die Leute die da investiert sind haben dann ein Problem aber alle anderen haben kein Problem die nicht investiert sind wenn der digitale Euro floppt ja dann haben wir alle ein Problem und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Unterschied ja das andere ist ein offenes System was marktgetrieben ist und was auch scheitern kann aber dann wird ein neues kommen wird ein anderes kommen was vielleicht besser ist was technisch auch besser ist das kennen wir heute eben nicht aber schauen Sie Bitcoin ist ein technisches System das läuft seit elf Jahren ja absolut das ist ja genau das Problem Sie müssen mich nicht katholisch machen das Problem ist dass es in den Jahren kommt und einfach dann nicht mehr so tot ist und ich meine Ihr Beispiel mit Nigeria und Türkei einen Punkt dazu ich meine das sind Länder die Kapitalverkehrskontrollen haben und dass ich natürlich mit Bitcoin Kapitalverkehrskontrollen umgehen kann ist okay aber ich meine das spricht jetzt nicht unbedingt jetzt für die für die technologische Eleganz des Systems sondern ist halt einfach ein Punkt wo man sagt das muss man eigentlich regulieren das kann ja nicht sein dass ich dass ich für Finanztransaktionen bestimmte Regulierung habe international auch was Geldfäsche und andere Sachen angeht und dass mit Bitcoin das alles so gehen kann aber wenn Sie wenn Sie Herr Bofinger wenn Sie in China wohnen glaube ich sehen Sie das anders ja da gibt es auch Verkehrskontrollen und wenn Sie da Ihr Vermögen über Bitcoins einfach transferieren können ich glaube dann haben Sie doch einen höheren Freiheitsgrad als bisher ja klar aber ich meine aber das ist aber das ist eine spezielle Eigenschaft der Kultowährung dass Sie einfach staatliche Regulierung unterlaufen das kann man sagen nee dass Sie auch dass Sie auch schwierig staatlich kontrolliert werden können aber das ist das doch weitseitig kontrolliert werden können wenn man halt die Regeln unterlaufen aber das ist das ist aus meiner Sicht falsch Klassifikation von der BaFin und letztes Jahr wurden die Kryptoverwahrregeln von der Bundesregierung erlassen die quasi den Bitcoin abschließend regulieren für Deutschland das gleiche kommt auf europäischer Ebene durch die Mika das heißt aber der Staat aber der Staat der Staat muss natürlich seinerseits in der Lage sein Vergehen zu ahnden und die Vergehen heißen einerseits Steuerbetrug und Geldwäsche und der deutsche Staat hat es wirklich gut gemacht mit den Kryptoverwahrregeln dass er sagt Leute in Deutschland ihr könnt mit Kryptowährungen gerne alles machen auch ihr Banken wenn ihr wollt ihr könnt aber es gibt die Regel Geldwäsche und Steuerbetrug das wird bitteschön eingehalten aber sie können natürlich nur die Intermediäre regulieren und das hat man auch gemacht wie sie richtig sagen also die Börsen die Handelsplätze und so weiter ja alles gut und richtig finde ich auch aber sie können natürlich jetzt nicht den Bitcoin an sich regulieren das wird nicht möglich sein ich möchte also ganz ich meine eine letzte wir können auch gerne auf der Plattform der European Citizens Bank diskutieren eigentlich ist es jetzt ein schönes Ende ja genau dann machen wir das einfach so ich würde sozusagen alle alle Menschen die hier bei dem Webinar teilgenommen haben und deren Fragen wir leider nicht beantworten konnten ermutigen sich auf unserer Plattform anzumelden www.europeancitizensbank.de dort werden wir die Debatte weiterführen zu dem digitalen Euro daran werden sich Diskussionen wie wir gerade es hatten zu Bitcoin Kryptowährungen verbinden wir werden andere Webinars noch anbeten am kommenden Montag gibt es ein Webinar unter anderem mit Professor Volker Wieland zum Thema der Niedrigzinsen und steigenden Immobilienpreise was die EZB damit zu tun hat ich würde sie auch ermutigen sich für die Bürgerinnenversammlung anzumelden die diese ganzen Vorschläge diskutiert und offiziell an die EZB schickt und dann möchte ich zum Schluss sie alle ganz herzlich nochmal Danke sagen dass sie alle hier waren Herr Schäffle Herr Bufinger Herr Sandner vielen Dank dass sie sich die Zeit genommen haben vielen Dank an alle ZuschauerInnen es tut mir leid dass wir jetzt nicht alle Fragen beantworten konnten ich möchte nur halbwegs im Zeitfenster bleiben und genau kommen Sie auf unsere Plattform diskutieren Sie dort weiter das würde mich sehr freuen und dann wünsche ich jetzt Ihnen allen einen schönen Abend und dann